Okay, Leute, es geht weiter. Man, oh man, oh man. Okay, musst du nicht ins Schloss? Okay. Oder doch jetzt? Okay, jetzt noch nicht, aber... Komm her, du nervst irgendwie ein bisschen. Fuck you, Cobbler. Fängt schon geil an. Ich hasse am meisten, die sind begeistern. Okay. Okay. Willst du mich... Ich reg mich einfach nicht mal auf. Komm rüber. So, ich brauch noch ein Kristall. Okay, Skyshin's here. Okay, Skyshin's here. Wie, das ist schon? Na, was ist das? Du musst noch... Ich schreie auf den Schloss, zu schreien. Okay, das ist ein Spiel. Ist das schön, dass ich ganz gut bin? Das ist verstand. Klasse, klasse, das fängt schon geil an, das fängt schon geil an. Ach komm, so. Leckt mich doch eifert, Leute, leckt mich eifert. Ey, manchmal ist das Spiel so kacke. Aber richtig kacke. Oh, Bossfight. Gleiches Taktik mit davor. Klasse. Klasse. Hat er gerade an Pfeilbälle gekackt? Okay, good one. Puh. What the fuck? Puh. 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 Okay, schauen wir mal, was da oben ist. What the fuck? Okay, Ziel geschafft. Meine Frist war ich für einen kurzen Moment verwirrt. Geh nach oben hin. Manchmal hängt das hier richtig. Welt 7. Okay. Fuck. Ich habe so gut angefangen. Nein, dieses Spiel will ja nicht, dass ich so gut anfange. Ich habe so gut anfangen. Ich habe so gut anfangen. Ja, klasse. 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 Okay, ich muss mich erst mal beruhigen. Dann kann ich auch besser spielen. Nur ein ruhiger Gamer ist ein guter Gamer. Ich habe so gut anfangen. Ich habe so gut anfangen. Ich habe so gut anfangen. Ich war so gut anfangen. Ja, ich habe so gut anfangen. Ich bin verzweifelt hier bei diesem Spiel. Ich hab nur zwei Welten vor mir. Dann ist das Spiel sowieso vorbei. Klasse, er kann mich gleich wieder jetzt umbringen. Ja, ich will jetzt da rein, aber ich will nicht zum Safepoint. Danke. Okay, wenigstens wieder drei Leben. Einfach mal ruhig spielen. Inwiefern hat das mich jetzt getroffen? Ach so, diese Missgeburt kann auch so schießen. Warte, erst mal. Erst mal will ich dich so haben. Oh, weißt du was? Ich glaube, da komme ich zum Ziel an. Aber den will ich ja noch nicht. Okay, wie ihr seht, bin ich wieder hier. Es gibt auch einen Grund dazu. Ich habe zwei Kristalle vergessen. Und ich weiß, Klasse, Goatheum. Klasse. Und die Kristalle bekommt man hier. Es kam mir schon spanisch vor, als ich das gesehen habe. Okay, komm. So, ich habe den zweiten Kristall jetzt. Du kannst jetzt mich mal... Komm her. Du kannst mich auch mal, du Mistgestalt. Und hier ist ein Geheimweg. Ganz ehrlich, wie soll man drauf kommen? Damit habe ich alle Kristalle. So kann er durch die Wände schießen, wenn ich nicht. Willst du mich verarschen? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Ja. So, damit habe ich das. Ich habe wieder meine drei Leben. So, dieses Level will ich noch in diesen Einfahrt bekommen. So, damit haben wir das ja auch. Mann, oh Mann, oh Mann. Und wir sehen uns im nächsten Part.